Hey Leute und willkommen zur Bekanntgabe der Gewinner des Cup of Artex 2016-2017. Am Ende des Videos gibt es noch Informationen zu unserem großen Final-Gewinnspiel, aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Cinematics der Finalisten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ich und das gesamte Cup of Artex Team gratulieren Aziglovir für ein sagenhaftes Bauwerk und den Gewinn des ersten Cup of Artex. Wie ihr wahrscheinlich bereits gemerkt habt, fehlt die vierte Final-Cinematic. Dies hat den Grund, dass Sir Senna gegen unsere Regeln verstoßen hat und somit disqualifiziert werden musste. Diese Entscheidung ist uns sicherlich nicht leicht gefallen, jedoch mussten wir dies tun. Wir gratulieren Nimmerin vom Gamers Time-Bau-Team zum dritten Platz und 70 Euro Preisgeld. Ebenso gratulieren wir Exploding Creeper von Phoenix Builds zum zweiten Platz und 85 Euro Preisgeld. Aziglovir von den Pixel-Vestern erhält neben dem metaphorischen Pokal 100 Euro und alle erhalten einen Friend-Rang auf dem Blockworks-Server. Wie ihr in der Tabelle bereits gesehen habt, hat die Jury zum Finale noch etwas Zuwachs erhalten. Neben Kellerbier, Dennis Builds und mir, Turnip Nose, haben wir Lennox von Araya Creations und Kim R8 von Adrondal in unserer Runde begrüßen dürfen. Eine genauere und ausführliche Bewertungseinsicht findet ihr auf unserer Website. Nun aber zum Gewinnspiel. Zusammen mit den Pixel-Vestern werden wir in den nächsten Tagen Zeitrafferaufnahmen der Finalplatz hochladen. Dort könnt ihr sehen, wie die Architekten gebaut haben und vielleicht ja noch etwas dabei lernen. In den Videos werden hin und wieder kleine COA-Pokale eingeblendet, welche ihr zählen müsst. Die Gesamtanzahl der eingeblendeten Pokale in den drei Videos müsst ihr dann in ein Formular, welches ab Release der letzten Timelapse auf unserer Website zur Verfügung steht, eintragen. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr uns abonniert habt und eure Abos öffentlich einsehbar sind. Wenn ihr die Pixel-Vestern ebenfalls abonniert habt, habt ihr eine doppelte Gewinnchance. Nun aber zu dem, was ihr gewinnen könnt. 3x jeweils einen Monat Spielzeit für den Minecraft-Legend-Server, 10x Cytoxian Premium-Ränge für jeweils einen Monat, 15 Unge-Server-Beta-Keys, 20 Minecraft-Server für jeweils einen Monat mit Unlimited-Slots und 2 GB RAM, 3x einen Monat Premium auf dem Raven-Side-Server und 5x einen Monat Premium auf dem Relife-Server Eldercraft. Bei solch einer Masse an Gewinnen ist die Gewinnchance auf jeden Fall ziemlich hoch. Eventuell kommen auch noch andere Preise dazu, weil wir noch mit Sponsoren im Gespräch stehen. Zu guter Letzt möchten wir euch noch zu einer Diskussionsrunde einladen. Jeder, der will, kann gerne am 9. März ab 18 Uhr auf unserem Teamspeak kommen und sich mit dem COA-Team und hoffentlich auch einigen Teilnehmern unterhalten, sowie Ideen, Wünsche, Kritik und Verbesserungsvorschläge einbringen. Wir wollen das Erlebnis dieses Wettbewerbs auf jeden Fall steigern und dafür benötigen wir auch euer Feedback, was ihr gut und was ihr schlecht fandet und so weiter. Wir freuen uns schon auf ein zahlreiches Kommen und konstruktive Vorschläge. Das war's aber nun, ich wünsche euch nun viel Glück bei unserem Gewinnspiel und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!